Und so wie es aussieht, bin ich heute der Ölwechsel-Fuzzi. Also, 5 Sterne von 5 Sterne geht es hier an den Stern-Traner. Ich kann machen, was ich will. Ich kann den Service nicht resetten. Ich bin jetzt wirklich ratlos. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Halle in Lambach von Glutonium Cars beziehungsweise hier auf unserem YouTube-Kanal Glutonium Performance. Bei diesen AMG-Motoren ist es meiner Meinung nach oder die Erfahrung, die man durch Kollegen hat, wichtig. Ich sage jetzt mal zwischen 10.000 und 12.000 Kilometer. Da sollte immer das Öl gewechselt werden. Mein Name ist Dirk und ich habe hier einen Vito 116 auf der Bühne. Ich glaube, der liegt jetzt hier bei 166.000 Euro. Allerdings schon ein neueres Baujahr. Das heißt, er ist Erstzulassung 2020, wurde 2019 gebaut und hat somit auch eine neue Motorengeneration. Und zwar sprechen wir hier von dem Motor OM654. Ich habe wieder in meinem schlauen System hier nachgeschaut. Es ist ganz wichtig, dass wir hier mit Ölfilter eine Füllmenge von 9 Litern haben. Und natürlich auch die Ölspezifikationen hier Mercedes-Benz 229, 5.1 oder 229, 5.2. Es sind noch drei andere möglich, aber dieses 5.1 und 5.2, das haben wir eigentlich hier gängig auf Lager. Und jetzt gehe ich nochmal raus zum Fahrzeug und zeige euch mal, wo sich der Ölfilter versteckt. Und zwar, so sieht der neue Motor hier aus. Ich kann euch vielleicht mal ein Bild von einem älteren Modell einblenden. Aber hier, das ist jetzt die aktuelle Motorgeneration. Und wenn ihr mal schaut, dieses Luftfilter-Ansaugkasten-Teil hier, das muss man im Prinzip ausklipsen. Hier an den Seiten. Einmal hier, einmal hier. Und wenn ihr mal hier unten schaut, hier kommt dann der Ölfilter zum Vorschein. Da kommt man eigentlich auch gut dran. Das heißt, man muss nur dieses Teil hier ausklappen. Und dann kommt man da wunderbar zu und kann hier dann den Ölfilter tauschen. Wie man das Öl ablässt, brauche ich euch nicht zu zeigen. Das will ich euch auch sparen. Ich habe einfach nur gedacht, weil ich dieses Fahrzeug hier gerade auf der Bühne habe und heute so einen Zusammenschnitt von verschiedenen Dingen hier in der Werkstatt mache, wollte ich euch einfach hier einen kleinen Einblick in den Vito geben. Ich zeige euch aber auch noch, was für den Vito wichtig ist. Einmal haben wir hier den Ölfilter. Da ist es am besten, von Mercedes-Benz das Originalteil zu nehmen. Hier wäre die Nummer. Dann benötigt ihr auch unbedingt diese Plastikschraube. Das ist jetzt die alte. Ich habe die neue schon drin, weil ich das Öl schon abgelassen habe. Wichtig ist natürlich, dass das Fahrzeug gut warm ist. So 40, 50 Grad vom Öl. Das ist perfekt zum Auslassen. Und eben hier diesen neuen Ölfilter mitsamt dem Dichtring. Und das Ganze natürlich mit 25 Newtonmeter festziehen. Was ich auch noch bemerken möchte, diese kleinen Gummi-Adapter-Schläuche hier. Ihr seht, die gehen ganz einfach weg. Die können gern auch mal hier an diesem Luftfilterkasten-Ansaugteil hier sitzen. Und dann fallen die unten in den Motorraum rein. Also aufpassen. Weil das wird ja nachher dann hier auf der Seite gehen dann diese zwei Stopfel sozusagen da drauf. Also da drauf achten, dass diese zwei Gummis hier sauber sitzen. Und nachher diese zwei Öffnungen da wieder sauber reinkommen. Ganz wichtig. Und neun Liter Öl kommen hier rein. Acht Liter habe ich schon drin. Das ist der letzte Liter. Also neun Liter bei Wechsel auch vom Ölfilter. So. Jetzt lassen wir es noch schön austrippeln hier. Und ich benutze gern hierzu das Liqui Moly. Das ist das 4200 A5W30. Und wenn ihr mal genau hinschaut. Hier unten stehen auch die Freigaben drauf. Da haben wir auch dann das 22951, 22952 für Mercedes-Benz Freigabe. Natürlich kann man dann auch den alten Ölfilter dann mal durchschauen. Das habe ich schon getan. Ob irgendwelche Auffälligkeiten sind. Späne oder ähnliches. Und wichtig ist beim Ölfilter Einbau. Dieses Teil kommt nach unten. Und den Gummi natürlich wechseln. Also hier das Gummiringerl am Einsatz, wo der Ölfilter reinkommt, muss natürlich auch getauscht werden. Und wie vorhin erwähnt, die Ablassschraube. Soweit zu dem Ölwechsel. Da ich jetzt an dem Fahrzeug hier ein Service B gemacht habe, möchte ich euch mal zeigen. Mein Heller-Guttmann-Programm, das ich benutze. Da habe ich dann immer die Möglichkeiten, eben über die Fahrgestellnummer und über den Typ vom Fahrzeug, eben hier einen Inspektionsplan rauszulassen. Und ich arbeite das dann hier immer systematisch ab. Hackelt das alles ab. Und dementsprechend ist dann auch der Service B, in dem Fall jetzt hier. Der Wagen hat 75.000 Kilometer gelaufen. Der zweite Service ist jetzt fällig gewesen. Oder wäre in 10 Tagen fällig gewesen. Und somit ist es nicht schlecht, wenn man das alles abhackelt und dann eben dem Kunden dazu gibt. Und so wie es aussieht, bin ich heute Ölwechsel-Fuzzi. Der Vito ist fertig. Den fahre ich jetzt von der Bühne und hole mir den ML63 AMG. Da machen wir auch einen Ölwechsel. Da werde ich euch auch die wichtigen Sachen sagen. Aber das machen wir zuerst mal. Und so wie es aussieht. Gerade bei diesen Fahrzeugen ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass man sich den Ölfilter anschaut. Es ist so, hier kann man richtig schön aufmachen. Und ihr seht, das Ding ist sowas von hasenrein. Das ist sowas von perfekt. Da ist nichts und nicht mal so richtig dunkelschwarz gefärbt. Also hier sieht man allein schon am Ölfilter, dass hier regelmäßig die Ölwechsel gemacht wurden. Und hier ist es so, bei diesen AMG-Motoren ist es meiner Meinung nach, oder die Erfahrung, die man durch Kollegen hat, wichtig. Ich sage jetzt mal zwischen 10.000 und 12.000 Kilometer. Da sollte immer das Öl gewechselt werden. Natürlich nach Serviceintervall, meiner Meinung nach, in der Servicewerkstätte. Die sagen hier 20.000 Kilometer einmal im Jahr. Aber es kann ja sein, so wie bei dem Fahrzeug, dass mal richtig viel gefahren wird. Also hier 248.000 Kilometer, Zulassung 2014. Und da wurde viel mehr gefahren wie üblich, 15.000 Kilometer im Jahr. Was aber nicht schlecht ist, deswegen habe ich ja auch dieses Fahrzeug gekauft. Weil, wenn ein Fahrzeug langstreckig gefahren wird, also ganz viel in hohen Gängen und Autobahn, Autobahn, dann ist es manchmal viel, viel besser, so ein Fahrzeug zu kaufen. Dann ist es viel, viel besser von der ganzen Technik noch in Ordnung. Wie jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug, das zwar 100.000 Kilometer oder 80.000 Kilometer drauf hat, aber nur in der Stadt, in der Umgebung gefahren wurde, nicht richtig warm gefahren wurde und dann immer gib ihm schön hier, brumm, brumm, zeig, zeig und so weiter. Das ist halt der große Unterschied. Und viele Leute verachten natürlich hier, dass man eben auch ein gutes Auto mit einer hohen Laufleistung kaufen kann, wenn man hier eine gute Servicehistorie auch zugrunde hat. Die habt ihr ja gerade gesehen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Fahrzeug angekauft habe. Es ist so, 248.000 Kilometer für einen M157 Motor ist kein Pappenstiel, aber bei dem mache ich mir hier überhaupt gar keine Gedanken. Und vor allem, wenn man den Neupreis sieht, das kann ich auch mal einblenden. Ich glaube, der liegt jetzt hier. Kann sein, dass das Papier, was ich jetzt gerade gezeigt habe, was anderes gezeigt hat. Aber ich glaube, bei 166.000 Euro in 2014 allein der Wertverlust, das ist sensationell. Aber mit der Laufleistung und dem Zustand komme ich in den Genuss, so einen ML63 AMG mal zu fahren, beziehungsweise den unserer Kundschaft günstig anzubieten. Wir bieten den aktuell um die 33.000, 34.000 Euro an, hier in Österreich. Und für Deutschland liegt er ungefähr bei 30.000 Euro. Also wir verkaufen das Auto ca. 30.000 Euro in Deutschland oder für Export. Weil wir ja hier in Österreich auch ein bisschen die Nova rausrechnen können, also die Luxussteuer, die hier auf dem Fahrzeug drauf ist. Aber jetzt genug gesappelt. Ich mache jetzt mal schnell den Ölwechsel. Und sollte mir noch irgendwas einfallen, was wichtig dazu ist, sage ich das euch. Das möchte ich noch ganz kurz festhalten, wenn ihr mal schaut. Der Ölfilter hier ist von Male und am 3.10.2022 wurde der hergestellt. Das passt auch super mit der Servicehistorie zusammen. Das heißt, wir haben hier einen aktuellen neuen Ölfilter verbaut. Das sagt mir auch, dass hier sauber gearbeitet wurde. Fahrzeug muss natürlich betriebswarm sein. Das ist ganz wichtig. Ich habe das Fahrzeug draußen warm laufen lassen, bevor ich das hier auf die Bühne geholt habe. Ich habe jetzt hier schön aufgemacht. Ich habe jetzt hier schön aufgemacht. Jetzt kann er von oben richtig auslüften, wenn ich unten aufmache. Nur kurz zur Anmerkung. Die Ölablassschraube bei dem ML, die sitzt hier unten. Unten ist wieder alles zu. Mit 25 Newtonmeter die Ölablassschraube mit einem neuen Kupferring festgezogen. Der neue Ölfilter ist drin. Der neue Gummi sitzt auch hier drauf. Jetzt lassen wir die Kiste runter und füllen das Öl ein. Auch hier wieder mein ML 63 AMG und Motorkennung M157. Und hier unten sehen wir dann auch mit Ölfilter 8,5 Liter mit der Freigabe 229.5. Das haben wir gesehen, eben auf dem Mobil 1 Öl, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und ich lasse mir hier auch wieder die Inspektionsdaten raus. Das heißt, jetzt ist ein Inspektion B fällig. Und hier habe ich dann meine ganzen Inspektionsdaten. Da wird dann praktisch von Bremsen, Außenbeleuchtung, Innenraumfilter, Kühlmittel, Reifen, Karosserie prüfen, Bremslüssigkeit etc. Wasserablauflöcher, das muss alles abgearbeitet werden. Das drucke ich mir jetzt aus und werde es dann auch Stück für Stück abarbeiten. Mit dem Service draußen bin ich jetzt soweit durch. Ich habe jetzt auch alles abgehakelt. Bei den Scheibenwischern, wie ihr seht, habe ich einmal mit unserem Spezialwerkzeug nachgeschnitten. So einen Scheibenwischer, den kann man zweimal nachschneiden. Dann funktioniert der wieder super. Dann haben wir nagelneue Reifen draufgegeben. Die waren komplett unten glatzköpfig. Dann hier Serviceheft gibt es bei dem Fahrzeug nicht. Hier haben wir ein digitales Serviceheft. Das bedeutet, wir haben digital den Eintrag in die Mercedes-Benz Datenbank eben für dieses Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer und der aktuellen Laufleistung getätigt. Dann habt ihr ja ein Video gesehen gehabt. Wir haben bei dem Fahrzeug auch den Ventilblock vorne getauscht. Und bei der Parktronic, da stimmt noch was nicht. Da muss ich nochmal auslesen. Das ist eben noch nicht in Ordnung. Das haben wir noch hier vermerkt. Das werden wir aber im Laufe der Zeit, solange das Fahrzeug noch bei uns ist, beheben. Und wen es interessiert, so einen wunderschönen ML63 AMG, sei es im Ausland, Deutschland, Bulgarien, Rumänien oder wo auch immer zu kaufen, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren unter info.at. Das Fahrzeug für den Export kostet 30.000 Euro und hier in Österreich kostet das Fahrzeug 32.900 Euro. Sollte ein Österreicher daran interessiert sein. Wir können hier auf jeden Fall sagen, das Fahrzeug mit 240.000 Kilometern gelaufen ist wirklich in einem super Zustand. Dieses kleine Parktronic Problem mit einem Sensor vorne, das werden wir noch beheben. Sollte da aber tatsächlich Interesse dran bestehen, dann einfach E-Mail an unser Office schreiben. Und dann können wir ja mal uns ganz gemütlich darüber unterhalten. Ansonsten mal schauen, was heute noch so passiert. Acht Liter habe ich schon drin und hier noch den letzten halben Liter. Das lassen wir auch wieder schön auslaufen. Haben alles durchgeschaut, dem Wagen neue Reifen verpasst. Ventilblock wurde hier neu eingebaut. Bei der Parktronic müssen wir noch dran. Da haben wir irgendeinen Fehler, die setzt verzögert ein. Wenn sie geht, aber sie piept erst und dann setzt sie verzögert ein. Und ansonsten haben wir das Fahrzeug alles durchgeschaut. Von Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Wischwasser, Bremsbeläge, Bremsscheiben. Alles noch super. Unterboden, alle Gelenke angeschaut. Also den ganzen Serviceplan abgearbeitet. Ja, wie gesagt, 8,5 Liter. Und die Möhre ist dann auch fertig. Und Leute, ich habe noch ein tierisches Problem mit dem Vito. Ich wollte den Gesamtservice zurücksetzen. Ich hoffe, dass jemand hier das Video sieht, der sich auch mit der Star-Diagnose, mit dem Xentry, oder beziehungsweise mit Mercedes oder Mercedes Vito auskennt. Ich habe nämlich folgendes Problem. Wenn ich mit der Star-Diagnose dieses Fahrzeug auslesen möchte, bleibt er mir bei den abgasrelevanten Daten hängen. Ich komme mit dem Xentry praktisch überhaupt gar nicht hier in das Fahrzeug rein. Das nächste ist, ich kann den Gesamtservice nicht zurücksetzen. Das zeige ich jetzt mal kurz. Und vielleicht schaut jemand zu, der mir helfen kann. Und bitte schreibt mir das in die Kommentare, was ich hier tun kann. Also, ich stecke ganz brav den Schlüssel hier. Gehe auf Zündungstellung 1. Ich bin hier jetzt ganz brav auf dem Kilometerstand. Und ich halte jetzt die Telefontaste und die OK-Taste für eine Weile gedrückt. So, jetzt hat er umgeschaltet. Und jetzt gehe ich runter auf Asyst Plus. Gehe auf OK. Gehe auf Gesamtservice. Und ab jetzt geht die Kacke los. Ich drücke auf Gesamtservice. Sag Bestätigen OK. Wähle auch hier mein richtiges Öl aus. Das passt auch. Gehe auf OK. So, und jetzt gehe ich auf Bestätigung. Und er sagt Gesamtservice nicht durchgeführt. Ich kann machen, was ich will. Es ist so, dass er mir jedes Mal den Service rausschmeißt. Und ich kann den Service nicht resetten. Und mit der Start-Diagnose, also mit dem Xentry, bin ich genauso ratlos. Weil er bleibt mir hier bei abgasrelevante Daten hängen. Das heißt, ich komme gar nicht rein. Weil sonst könnt ihr es vielleicht mit der Xentry zurückstellen. Ja, ich bin jetzt wirklich ratlos. Ich brauche hier wirklich Hilfe. Ich weiß im Moment mal wieder, das gibt es ganz selten, nicht weiter. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu Mercedes zu fahren, um hier wieder irgendwelches Geld auszugeben. Bloß weil ich den Scheiß hier nicht zurückstellen kann. Also, ich brauche Hilfe. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, meine Lieben, es hat ein neuer Tag begonnen. Ihr habt ja in der Szene davor Wind gekriegt, dass ich da extreme Probleme hatte, den Service zurückzusetzen bei dem Vito. Es ist tatsächlich so, Mercedes-Benz will bei den neuen Fahrzeugen, also neueres Baujahr, E-Klasse, S-Klasse, Vito, also W447, dass eigentlich nur noch eine Mercedes-Werkstatt hier den Service zurückstellen kann und keine andere Werkstatt mehr das tun kann. Das ist natürlich übel, weil was ist, wenn das Auto zwei Jahre alt ist und ich will das in eine freie Werkstatt nach der Garantie zum Service geben und ich kann nicht mal den Serviceintervall über diesen Assist, also über diese Lenkrad-Funktion zurückstellen, weil es einfach nicht geht, weil das Fahrzeug eben die Online-Anbindung an den Mercedes-Server will und es geht nur in einer Mercedes-Fachwerkstatt. Also da schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, ob das so in Ordnung ist und ob das auch rechtens ist und ob ich das auch so richtig sehe. Aber Fakt ist, das ist so, weil, und da fahre ich jetzt gleich hin, ich bin zu einem Mercedes-Händler hier in der Gegend gefahren und bin super nett bedient worden. Der Meister in der Werkstatt hat sich die größte Mühe gegeben. Der hat bestimmt fünfmal das Steuergerät in Betriebnahme genommen, der hat bestimmt zehnmal versucht, eine neue Software aufzuspielen und, und, und. Und jedes Mal, wenn dann eben, Intervall, 40.000 Kilometer und nach circa zehn Minuten auf einmal stand da am Cockpit drin, Service fällig, seit 2048 Tage. Ich meine, so kann man kein Auto verkaufen. Ja, und die haben sich jetzt dem Problem heute Morgen angenommen. Der Chef von dem Mercedes-Autohaus, der war auch so super nett, hat mir eine A-Klasse als Mietfahrzeug schnell mitgegeben, so gerade spontan, hat ja gesagt, Autofahren kannst du, hier, lass dein Auto da, wir erledigen das. Und das haben sie heute Morgen gemacht. Ich habe jetzt den Anruf bekommen, dass ich das Auto holen kann. Jetzt fahre ich mal dahin. Vielleicht kriege ich das ein oder andere Kommentar von dem Servicemeister hier auf die Kamera. Also, seid gespannt, was jetzt passiert. Gute Nachrichten. Ich bin jetzt hier bei Mercedes in Vöcklerbruck, beim Schantaner. Und ich bin wirklich begeistert von dem Laden. Ich habe jetzt 70 Euro brutto bezahlt. Es ist so, dass ich doch hier das nicht ganz auf Kulanz bekommen habe. Aber es ist neuerdings ein Steuergerät verbaut, und zwar Antriebsstrang. Das ist ja noch nicht so lang wirklich bei den Mercedes-Benz-Geschichten mit drin, dass das Zusammenspiel mit Kombi-Instrument eben hier den Asyst-Plus-Modus. Ich weiß, das ist jetzt etwas höhere Mathematik, etwas kompliziert. Aber es ist tatsächlich so, dass eben hier der Service eingetragen wird. Und das spinnt aktuell laut Mercedes-Server ab und zu mal rum. Und dann muss man das Steuergerät neu in Betrieb nehmen. Das muss man alles bei Mercedes machen. Da muss eine Online-Anbindung über die Star-Diagnose da sein. Und man muss dann immer Rapport schreiben, warum, weshalb, wieso nimmt man das Steuergerät neu in Betrieb und muss dann eben da an Mercedes eben die Message schicken, aus dem und dem Grund, Service lässt sich nicht zurücksetzen und so weiter. Also, ich habe jetzt hier eine Rechnung bekommen. Das sind 69,60 Euro. Die werde ich überweisen, das war es mir wert. Und ich bin hier von dem Autohaus Scherntana. Ich muss mich korrigieren, Autohaus Scherntana. Wirklich in bester Manie, sei es vom Chef bis zum Kundendienstmeister. So geil verhandelt worden. Der hat mir sogar umsonst ein Auto mitgegeben. Der hat gestern gesagt, fahr nach Hause und komm heute wieder, wir richten dir das. Und denen war wohl dieses Problem schon bekannt. Und ich habe hier wirklich sofort Hilfe bekommen. Also, 5 Sterne von 5 Sterne geht es hier an den Scherntana. Das ist für mich mal wieder eine tolle Erfahrung gewesen, dass Mercedes noch Mercedes ist. Und damit möchte ich das Video beenden. Alles Gute an euch. Ein bisschen laut hier an der Hauptstraße in Vöcklerbruck. Aber freut euch auf das nächste Video. Ich sage Tschau Papa und Tschüss, ich bin raus. Alles bis aufs Detail, immer ganz genau. Mit Herz. Also du bist hier aus Österreich. Genau, 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 genau. Auf jeden Fall.